Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Ha 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 ha! Und wer könnte mich dabei besser unterstützen, als der Mann, der trotz aktiven Mitmärkens rund um die Ringe der Macht hier wieder mit dabei ist, der Dom, hallo! Valado Heres, mir würde nie etwas anderes einfallen, als hier auch mitzumischen. Und wie zuletzt im Recap zur Folge 3, der Mann, der seine Abstabung von den Targaryens jedes Mal durch eine aufwändige Frisur verschleiert, Sven, hi! Hallo! Saldrices, Bustari, Ixos, Daror! Ja, genau! Für alle, die kein Hochvalyrisch können, das heißt so viel wie ein Drache ist kein Sklave. Rüste! Und ich bin auch wieder dabei, euer Moderator Paul. Ja, so ultra trocken kam das jetzt, das tut mir leid. Und ich würde auch wirklich sagen, wir gehen ohne zu zögern, rein in die Folge, ohne größere Umschweife geht's los. Zur Eröffnung. Begeben wir uns diesmal nach Drachenstein. Und wir sehen Rhaenyra dort sitzen. Ich hab schon gedacht, wann greift man denn das aus Folge 2 auf, dass sie da jetzt von Daemon da Drachenstein zurückgefordert hat und gesagt, das ist mein Platz. Ich hab mich schon gefragt, wann zeigt ihr denn mal, dass es auch wirklich ihr Platz ist? Ja, sie ist ja auch von, das muss man ja auch dazu sagen, sie ist ja am Ende der ersten Episode, ist sie ja zur Prinzessin von Dragonstone ernannt worden. Also damit natürlich dann auch zu Erbin eingesetzt worden, aber man könnte eigentlich sagen, dass ihr Vater Viserys, der König, ihr eigentlich jetzt schon eigentlich die Verantwortung über Dragonstone übertragen hat. Ja, und jetzt sieht man sie eben auch mal zum ersten Mal dort richtig auch in dem Thronsaal sitzen. Wahrscheinlich wird sie in den vergangenen Jahren auch schon das ein oder andere Mal dort gewesen sein, aber jetzt zunächst erstmal in der Serie. Und das Thema der letzten Folge wird aufgegriffen, denn sie sucht einen Mann oder sie ist immer noch auf der Suche nach einem Mann und es tritt das auf, was Alicent Hightower letztes Gespräch mit Viserys ja auch gesagt hat. Sie muss nur denken, dass es ihre Wahl ist oder sie muss nur denken, dass sie selbst eine Wahl hat und eine offensichtliche Wahl hat sie jetzt auch hier. Vor ihr sprechen verschiedene Lords vor, das ist ein bisschen wie so ein Vorstellungs- oder so ein Bewerbungsgespräch, so nacheinander. Unter anderem auch ein Junge spricht vor, der wird auch nicht so richtig ernst genommen von den anderen und Rhaenyra ist auch so, ach guck mal an, jetzt ein Junge spricht auch vor. Wobei, das habe ich mich auch in der Folge verwirrt müsste, ist Rhaenyra zur Zeit? Rhaenyra ist auf jeden Fall mittlerweile volljährig. So 19 ungefähr, also in der ersten Folge war sie ja glaube ich, sollte sie 15 sein? Ich würde sagen so 16, 17? Nee, also... War sie nicht in der ersten Folge eher 14 oder so? Das ist schwierig zu sagen, man müsste danach... Ich glaube, ja, aber es müsste ja mindestens drei oder vier Jahre älter sein als in Folge 1. Ja, ja, doch schon. Und ich dachte, wir hatten uns auf jeden Fall festgelegt, dass sie in der ersten Folge 15, aber wir sollten vielleicht einfach noch mal zur ersten Folge hören, da haben wir das auch schon, da haben wir auch schon darüber debattiert. Sven, wie war denn für dich diese erste Szene? Wie bist du denn diesmal eingestiegen mit diesem kleinen Bewerbungsgespräch, die die Lords da abhalten oder die Rhaenyra da abhält? Auch ganz gut, außer dass ich es verwechselt habe oder einfach nicht richtig verstanden. Dachtest du, das ist ein Flashback zu Daenerys oder wie? Ich dachte, warum sucht die jetzt eine Hand? Und dachte noch, naja, okay, gut, hast du halt mal wieder Zeitsprung und nicht richtig aufgepasst? Boah, das wäre echt ein harter Zeitsprung gewesen, weißt du, so wie bei House of Cards irgendwie so zwischendurch ist ihr Vater gestorben, sie ist jetzt Königin und braucht eine Hand und das ist mal eben so von einer auf die andere Folge. Das wäre wirklich hart, ja. Aber ansonsten, es war wie immer sehr stimmungsvoll. Ich fand ihre Reaktion wirklich sehr gut, weil sie hat ja überhaupt gar keinen Ernst genommen. Ich meine, den Kleinen fand sie ja ein bisschen schnuckelisch, wo sie gesagt hat, ach Gott, der ist süß und ach Gott, ja. Aber ansonsten. Ein anderer war älter als ihr Vater, ne? Ja. Aber ansonsten interessiert sie das null. Ja. Und sie bricht ja dann einen, oder doch, es ist eigentlich schon ihre, also sie bricht ja dann einen kleinen Streit vom Zaun, der dann etwas krasser endet, als man denkt. Und das Ganze war, also das ist mir manchmal vorgekommen, wie so eine Theatervorführung. Also so wie, also so wie diese Dynamiken dort funktioniert haben, das könntest du dir, also wirklich, das kannst du dir eigentlich nicht ausdenken. Und wie die sich da haben, die Lords, die den auch, den Jungen dann provozieren, der dann ja irgendwann sein Schwert zieht und den einen, ich weiß nicht, hat der überhaupt einen Namen bekommen, der dann dort niedergestreckt wird von diesem kleinen Jungen. Also irgendwie diese ganze Szene hatte was sehr Absurdes, fand ich. Und das charakterisiert eben auch nochmal diese Welt. Ja, wobei ich es auch toll fand, wie sie da mit der Erwartung gebrochen haben, weil man denkt ja eigentlich, dass dieserjenige, welche, der ihn da die ganze Zeit vom Rand des Geschehens verspottet, dass der den Jungen mit Leichtigkeit niederstreckt. Aber stattdessen streckt der Junge ihn nieder. Und dieser Junge ist ja auch, also Blackwood ist ja wohl auch eine sehr alte Familie, da wird auch betont, in deren Adern fließt noch das Blut der ersten Menschen. Da sehen wir ja auch tatsächlich, dass neben Rhaenyra jemand sitzt, der sie irgendwie so ein bisschen berät. Das ist anscheinend ein Baratheon, jedenfalls hat der einen Hirsch auf der Kleidung. Und die Blackwoods wären wohl aufgrund einer großen Armee wohl auch eine sehr günstige Partie für die Krone. Aber das Ganze geht ja nicht so wirklich auf. Also ich glaube, Lucas, Lucas Blackwood unterbreitet ihr dann, ja, ihr werdet beschützt bei mir, euer Gnaden. Und dann meint der vom Rand, ja, sag mal, sie braucht keinen Schutz. Sie hat verfickte Drachen. Und ja, dann passiert halt genau das Gegenteil von dem, was man erwarten würde. Dieser Typ, der eigentlich eher aussieht wie so ein verirrter Knappe, der streckt diesen Typen da nieder. Ja, das habe ich nicht erwartet und das sieht man auch nur so relativ aus dem Off, ne? Ja, man sieht ihn dann eigentlich nur noch röcheln und Blut spucken. Also ich habe, also für mich lief es dann eigentlich nur darauf hinaus, dass er den jetzt, weil es unterstreicht diese ganze Absurdität, die sich da abspielt, die sich da so provozieren lassen. Und dieses Ganze, das ist eine total merkwürdige Situation, die ja dann, also ich kann auch Rhaenyra so verstehen, oder sie da auch wieder nachfühlen, wie sie da einfach nur dann doch lieber raus will, weil was für ein Quatsch dort abgeht. Aber wie? Aber ja, es gehört nun mal zu den Pflichten. Wie gelangweilt sie davonläuft. Ja. Und du ja durch diesen Pulke ja nur diesen Hintergrund siehst, wie der andere Typ dann, äh, und wieder nur, äh. Da dreht sie sich allenfalls so beiläufig um. Genau, ja. Auch so wie, als gehört es zum Tagesgeschäft oder als wäre es jetzt, also sie reagiert ja auch nicht jetzt mit Bestürzung oder so, sondern die ist vielleicht schon das eine oder andere Mal vorgekommen. Ich musste, ich musste bei der ganzen Szene sehr an, und darin erinnert mich auch Rhaenyra, äh, mich hat es sehr irgendwie an Merida von Pixar denken lassen. Da gibt's auch so eine Szene, wo die ganzen, äh, schottischen Lords da mit ihren Kills vorsprechen und, äh, äh, Merida, die, die alle abweist. Das hat so einen, so einen ähnlichen Vibe hier tatsächlich gehabt. Aber fand ich, äh, einen ganz netten Einstieg, was vor allem die, die erste Einstellung dieser Folge, das muss man ja auch sagen, ist gewisses Foreboding. Weil da sehen wir nämlich eine Nahaufnahme von, äh, diesem, äh, dieser Kette oder diesem Anhänger, äh, äh, der Rhaenyra ja geschenkt wurde von ihrem Onkel Demon in der ersten Folge. Und der ist ja aus valyrischem Stahl, ne? Und da spielt ja hier beides dann im Verlauf, insbesondere zum Ende dieser Folge, nochmal eine entscheidende Rolle. Genau. Die nächste Szene, da sehen wir dann, dass sich, äh, Rhaenyra auf dem Weg zurück nach Königsmund befindet. Diesmal sehen wir Königsmund vom Meer aus. Sie ist auf einem Schiff unterwegs. Und da sehen wir dann, dass die, dass zwischen den letzten beiden Folgen gar nicht so viel Zeit vergangen ist, die mehr oder weniger nahtlos aneinander anschließen. Vielleicht sind, ja, wir haben gerätselt eine Woche vielleicht oder so ein paar Wochen vergangen. Nicht viel mehr. Denn mit Rhaenyra und ihrem Blick auf Königsmund stößt plötzlich auch ein Drachen von oben aus den Wolken. Und man erkennt es nicht genau, aber man kann sich erahnen, dass es Daemon Targaryen ist, wie wir dann auch in der nächsten Szene sehen. Ja, der stößt vor allem nicht nur einfach aus den Wolken, sondern ist auch wirklich so auf Konfrontationskurs eigentlich. Also ihre, äh, in Anführungsstrichen Angestellten, die, ähm, oder auf jeden Fall ihre Untergebenen auf dem Schiff, äh, die sind eigentlich erst ziemlich argwöhnisch und beunruhigt. Und dann stößt halt dieser Drache runter und rammt halt wirklich fast so seitlich das Schiff, während er eigentlich nur so vorbeifliegt. Und da weiß man sofort, wer da auf dem, auf dem Rücken sitzt. Also man, man sieht's ja auch, dass dieser Drache, der hat ja, haben wir ja schon im letzten Recap gesagt, der hat eine ganz besondere Gestalt und Art und Weise, sich fortzubewegen. Auch in der Luft tatsächlich, ähm, wirkt der schon anders. Der, der wirkt wirklich so, als würde er wie so eine Schlange durch, durch die Lüfte gleiten. Finde ich auch ganz, ganz, äh, großartig an der Stelle. Und hier ist ja auch, äh, also, äh, Kristen Kraut kommt ja auch hier vor, oder Cole, je nachdem. Ähm, und da sieht man, dass der auch schon mittlerweile eine gewisse Fürsorglichkeit einfach auch für Rhaenyra ausstrahlt. Weil die schlägt sich dann den Kopf an und er sagt dann, oh ja, ruft sofort nach dem Maestern. Sie ist verletzt und es ist aber gar nichts bei ihr. Also, der ist, der, ja, man merkt, die, die haben schon mittlerweile ein sehr enges Verhältnis. Das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen eigentlich mit, ähm, Sayora Mormont und Daenerys in Game of Thrones, ne? Ja, ich mein, das, das kam ja auch letzte Folge schon sehr gut zum, zum Vorschein. Weil sie ja da auch viele gemeinsame Szenen hatten und das entwickelt sich hier ja dann auch noch weiter. Genau. Jedenfalls, äh, sehen wir dann, wie es eine Versammlung im Thronsaal gibt, wo sich ganz viele Leute versammelt haben. Mhm. Und auch, wie Serious anwesend ist, äh, auf seinem Thron sitzt, auf dem Eisernen Thron und dann schreitet Daemon, äh, Daemon herein zur Tür. Hat sich die Haare geschnitten. Ja. Trägt das Haar jetzt, trägt das Haar jetzt kurz und präsentiert seinem Bruder das Schwert von Mr. Grabs. Und, und er trägt, äh, ich weiß nicht, ob es euch so aufgefallen ist, er trägt eine Throne. Ja, richtig. Na, die nimmt er ja, die nimmt Viserys ja dann auch ganz demonstrativ in die Hand. Genau. Das ist ja auch nicht nur irgendeine Krone, na, generell, ähm, zu den Kronen in der Szene, Viserys setzt sich ja dann vor dem Thron auch seine Krone auf und das ist tatsächlich eine andere als die, die wir in Game of Thrones gesehen haben. Also, das ist ja wirklich so eine eher Breite und da ist auch das Targaryen-Logo, glaube ich, drauf zu sehen. Und die von Daemon, ja, ich weiß nicht, du hast sie ja erkannt, Paul, oder? Ich, ich hab sie ja, also, sie kam mir auf jeden Fall bekannt vor, aber ich wusste nicht ihren Namen. Äh, einen direkten Namen hat die auch nicht, das ist eben, naja, gut, das, eigentlich ist es die, die Krone von, von Salz und Rauch. Also, es ist, soweit ich weiß, die, die ... Die Graufreuz, die auch Euron später trägt. Genau, richtig, das dürfte die sein. Die ist sehr, sehr schmucklos, das ist ja im Grunde genommen eigentlich nur, ja, weiß ich nicht, zusammengeflochtenes Holz, mehr ist das ja eigentlich gar nicht. Ja, genau, was ich bei der Szene sehr spannend fand, das sind die unterschiedlichen Blicke, die sich da in diesem Thronsaal treffen. Ja. Wir sehen Rhaenyra so ein bisschen am Rand stehen und bei ihr liegt fast schon so ein Lächeln auf den Lippen, als Daemon da, also, in diesem Gang ja wirklich entlang schreitet, der das auch ein bisschen genießt. Und dann ganz im Gegensatz zu ihr hinter, beziehungsweise schräg neben Viserys Otto Hightower, der sowas von gar nicht begeistert ist, von dem, was er da sieht. Ja. Allgemein, Sven, wie hat dir denn diese Stimmung, die sich da jetzt auftut, gefallen, vor allen Dingen auch zwischen Viserys und Daemon, die war ja ein paar Folgen zuvor, beziehungsweise am Ende der ersten Folge, wo sie ja auch im Thronsaal aufeinandertreffen und wo er ihn zum ersten Mal verstößt, die war ja da noch eine ganz andere als hier jetzt. Mir hat es sehr gut gefallen, also erstmal dachte ich mir auch, oh cool, er war unterwegs beim Friseur und sieht jetzt eher so ein bisschen anime-mäßig aus. Stimmt, oh Gott, oh Gott, ich sehe jetzt schon die DeviantArt-Bilder von Doctor Who meets House of the Dragon, aber gut, weiter. Ich fand auch, er läuft mit einer gewissen, mit einer Genugtuung diesen Gang entlang und genießt die Aufmerksamkeit und zeigt den Leuten einfach, ich habe das geschafft, was der da auf dem Thron im Leben niemals hinkriegen wird. Und präsentiert sich auch dementsprechend, ich meine, an Selbstbewusstsein mangelt es ihm ja sowieso nicht, aber er präsentiert sich stark, er präsentiert sich endlich als Sieger, er hat es geschafft. Alle haben an ihm gezweifelt oder gesagt, ja komm, wenn man Glück hat, gehst du vielleicht sogar da unten drauf. Aber er hat allen, ja, er hat allen den Stinkefingern gezeigt und ich dachte, es kommt zu einer größeren Konfrontation, aber was da daraus erwächst, er ist auch in dieser Folge, wo ich gedacht habe, naja, das ist eher so eine versöhnlichere Folge, aber es ist eigentlich, wenn man es genauer betrachtet, genau das Gegenteil. Ja, aber später mehr. Und schmeißt dann Joffrey sein Schwert vor die Füße von wegen, hier schmelz es ein und füge es zu den anderen, ne, das war ja auch so eine ähnliche Geste. Aber Damon ist ja, also nicht nur, dass er hier der Triumphator ist, sondern auch er sagt, dass er jetzt König der Meerengel ist, kniet aber zugleich nieder und legt Viserys dann auch, glaube ich, die Krone zu Füßen. Ja, also er nimmt sie dann zumindest hoch, genau. Ja, genau. Und es kommt ja zu dieser auch sehr symbolischen Geste, dass beide Brüder sich umarmen. Ja, hätte man auch nicht erwartet so eigentlich, ne? Nein, tatsächlich hätte ich auch nicht, zumal ich ja eher das Gefühl hatte, dass so ein bisschen das Konfliktpotenzial, vor allen Dingen mit den letzten Szenen aus der letzten Episode, ich meine, wir sehen ja, wie Damon auf diesen Nachrichtenschnipsel von Viserys reagiert. Wer da einen Mann halb tot schlägt, ähm, da jetzt gut, ich denke, der Sieg gegen den Crabfeeder hat ihn da, hat ihn da wahrscheinlich ein bisschen erbaut oder ein bisschen darüber hinwegsehen oder wieder, weil er es jetzt eben genießt und diesen, diesen Sieg, den lässt er sich jetzt da nicht so einfach wieder nehmen. Weil jetzt kann er es auch sagen, ja, guckt mal, ich habe es auch ohne eure beschissene Hilfe geschafft. Vor allem, vor allem, äh, die Königsgarde ist ja durchaus in Alarmbereitschaft, ne? Also, der stiefelt ja erst auf den Thron zu und dann bedrohen die ihn schon wirklich. Ja, Otto ja auch. Genau, genau. Otto ja auch. Ich denke, der wird da schon im Hintergrund so mal ein Wirtchen geredet haben hier, passt mal auf, ne? Also, ja, wie gesagt, also er, er kommt ja auch in der Szene gar nicht so zu Wort, aber seine Blicke sprechen Bände. Ja, das ist, oh, das ist so, also, daran merkt man aber auch, wie, wie, ähm, wie wichtig diese Figur trotz allem, äh, für, für das Geschehen ist einfach auch und wie unglaublich ausdrucksstark Russ Iphons die Figur eigentlich spielt. Ich will einfach hoffen, dass der jetzt mehr zu tun bekommt, insbesondere nach dieser Folge. Ja, aber bleibt auch in dieser Folge mehr so ein Spielstein, der so, der immer, ja, aber kommen wir später zu. Ja. Wir verfolgen diese Versammlung, oder es ist ja eigentlich schon wieder so ein Anlass, wo man eigentlich so ein bisschen ausgelassener ist oder so ein bisschen in Feierstimmung fast ist, nur diesmal eben am Königshof, es gibt dann wieder verschiedene Gespräche, Gespräche im Garten, diesmal sind da auch ein paar mehr Leute im Garten anwesend, anwesend und unter anderem unterhalten sich auch wie Ceres und Damon, und da wirkt es wirklich für einen Moment so, als wären da wirklich die Anspannungen zwischen den beiden ein bisschen verpufft, also die reden miteinander, die scherzen miteinander und auch zwischen Rhaenyra und Alicent, die ja dort auch miteinander sprechen, zwischen denen wirkt es auch sehr, sehr viel aufgelockter als in der letzten Folge, oder? Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen vielleicht forciert war von der Folge aufgrund des Endes, weil es ja dann wieder, weil diese Fassade dann wieder brüchig wird, aber ich hatte für einen kurzen Moment das Gefühl, hoch, was ist denn hier los, ist heute großes Versöhnen? Sven, du hast es ja auch schon so gesagt, so ein bisschen, vielleicht steigt diese Folge mit so einer trügerischen Versöhnlichkeit ein. Wobei mir die, also die Unterhaltung zwischen Rhaenyra und Alicent nicht gespielt vorkam. Ich fand von beiden, dass sie, ja, so ein Herz gefasst haben, mal wieder auf sich zuzugehen. Ja, sich wieder anzunähern einfach. Genau. Ja, aber findet ihr das nicht im, also wirklich, wenn ich an die letzte Folge denke, und wir haben ja festgestellt, zwischen den Folgen liegt jetzt nicht so massiv viel Zeit. Okay, aber, weil in der letzten Folge ging es ja wirklich so, spiel weiter, nein, also zu dem Baden da, spiel weiter, nein, geh weg, spiel weiter. Also da war das noch eine ganze Anstimmung und ja, vielleicht wollen sie wieder so ein Stück auf euch aufeinander zukommen, aber ich hatte so das Gefühl eben auch im Hinblick auf das, was später passiert. Jetzt wollte man die hier kurz noch mal einen Schritt aufeinander zu, bevor sie dann vielleicht wieder einen Schritt auseinander gehen. Ja, also Alicent ging ja schon in Folge 3 auf sie einen Schritt zu, wenn ich jetzt auch mal überlege, Alicent ist eigentlich der Anhaltspunkt dafür, dass sie vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit vergangen ist, weil es ist nach der Geburt ihres zweiten Kindes, sie ist ja nicht mehr schwanger, sie war ja in der dritten Folge hochschwanger. Ja, und jetzt ist ihr zweiter, ja, ich glaube doch ein zweiter Sohn auf jeden Fall, ne? Hör mir den Namen, ich weiß es nicht. Da wird gar nicht so drauf eingegangen eigentlich, ne? Nee, da wird, nee, ich glaube, wir sehen nur später mal, wie er zu Bett gebracht wird. Stimmt, genau, das sehen wir. Also, ja, gut, man kann es sicherlich. Vielleicht ist etwas Zeit, ja, weiß ich nicht. Ja, also, ich meine, die war ja wirklich hochschwanger in der letzten Folge. Ja, mindestens, also vielleicht ein paar Wochen. Ja, drei, vier Wochen maximal, einen Monat oder so liegt dazwischen, mehr nicht. Und vielleicht fühlt sich ja Rhaenyra dadurch, dass sie jetzt eben diese Aufgabe, oder dass ihr die Aufgabe anvertraut wurden, ist in Anführungszeichen, dass sie jetzt ihren Mann aussuchen darf. Äh, äh, ja, wobei, Befreiter wirkte sie nicht im Prolog. Äh, aber, ja, ja, ich hab diese Stimmung nicht getraut. Ja, das soll man vielleicht auch nicht. Sie ist aber, man muss bedenken, es ist generell ja auch irgendwie eine relativ versöhnliche Stimmung. Vielleicht hat sie sich davon auch anstecken lassen. Ich meine, die hat auch ihren Onkel wirklich seit Jahren nicht gesehen, seit mindestens drei bis vier Jahren hat sie ihn nicht gesehen. Und der ist ja auch wirklich der Mann der Stunde jetzt. Also, das sagt ja auch, äh, in der Szene vorher dann auch, ähm, Viserys, das ganze Reich steht jetzt wirklich in Daemons Schuld, ne? Ähm, und, äh, vielleicht so zur Feier des Tages. Also, ich kann mir vorstellen, dass man sich dann von so einer Stimmung auch irgendwie ein bisschen verleiten lässt. Und bei Alicent, wie gesagt, die ging ja schon vorher auf sie zu. Man kann es sicherlich im Hinblick darauf, wie sich das dann hier in der Folge entwickelt, äh, äh, vom Drehbuch her als so ein bisschen forciert betrachten. Da greift dann vielleicht auch wieder dieses von wegen, wir, äh, arbeiten uns so an Meilensteinen und Plot, äh, äh, Stationen ab. Ähm, aber völlig aus dem Nichts kommt es jetzt ja auch nicht. Also, für mich hat es schon irgendwo funktioniert. Du hast es jetzt auch schon angesprochen. Es gibt dann direkt auch im Anschluss ein Gespräch zwischen Reneura und Damon. Mhm. Es werden ein Gespräch in Valyrisch. Oh, ja. Hast du es ohne Untertitel geschaut? Ja, ich habe die Dialogzeilen geschrieben. Drei aus dem Gedächtnis. Du hast es ja gerade demonstriert für gute Hochvalyrisch ganz. Ich habe es über Bubble dann gehabt. Entschuldigung. Du kannst tatsächlich auf gewissen Portalen valyrisch lernen. Ich meine, äh, ja, ich finde es, ich finde es immer wieder schön, wenn sie sich so ein bisschen abkapseln und es war auch ein sehr, fand ich, vertrautes Gespräch. Mhm. Wo beide auch ihre Zuneigung zueinander und sie auch, finde ich, ihren Stolz, na, mein Onkel ist hier der krasse Mr. Krabskiller und hat alles im Alleingang geschafft. Auch sehr gut transportiert und ich fand es, es wird ja immer wieder so ein bisschen angedeutet, wie intim sie eigentlich, also gefühlstechnisch aneinander hängen. Ja, diese Beziehung, die kam ja auch schon so ein bisschen in Folge 1, wo Damon ihr die Kette schenkt. Ja. Da hatte, das hatte, glaube ich, auch Britt-Marie in einer der Besprechungen angemerkt, dass sie da schon so, wie hat sie es genannt, incestuöse Vibes bekommen. Ja, Tragarien halt, ne? Wobei ist, der sexuelle Aspekt kommt man ja noch, aber ich fand es da einfach, das war auch so eine Szene, ja, wo sie einfach völlig losgelöst da sitzen und einfach miteinander quatschen, ohne jeglichen Hintergedanken. Ja, wobei, also ich muss sagen, ich habe mich in der Szene eh nicht viel Rhaenyra und da ist sie dann ja auch so ein bisschen die Projektionsfläche für das Publikum. Man fragt sich, warum ist er jetzt eigentlich wirklich zurückgekehrt? Und er wirft dann ja auch einen Blick da auf ihre Kette, die er ihr eben geschenkt hat, die ja auch sehr kostbar ist, eben valyrischer Stahl. Und er erzählt dann erst so, ja, ich habe mich halt nach der Behaglichkeit des Zuhauses zurückgesehen, aber eigentlich merkt man, dass da doch irgendwas anderes schlummert. Und ich muss sagen, ich fand eine Dialogzeile besonders stark, wo sie eben über Heirat sprechen und Damon dann sagt ja, sobald du dann einmal verheiratet bist, musst du dem Ganzen eigentlich keinen Stellenwert mehr beimessen. Er sagt dann, Heirat ist politisches Arrangement und Rhaenyra sagt, es ist für sie wie ein Todesurteil. Und dann reden sie auch über seine erste Frau, die er sogar wirklich die Bronze Bitch nennt. Das ist ja, ich habe jetzt den Namen nicht mehr genau auf dem Schirm, aber das ist auf jeden Fall eine Frau, die die ganze Zeit auf ihn wartet. Ich glaube, auf hohen eher oder auf jeden Fall im grünen Tal. Da, wo ja auch hier Robin Ahren dann zum Beispiel herkommt, generell die ganze Ahren-Sippschaft und im Hinblick darauf, dass Viserys ja auch mit Emma Ahren verheiratet war, macht das dann schon irgendwo Sinn. Aber der hat ja wirklich nichts für diese Frau übrig. Die ist für ihn einfach nur eine Gebärmaschine. Oder wäre nicht mal fähig, eigentlich eine Gebärmaschine zu sein. Also, da setzt sich halt fort, was schon halt in der ersten und auch in der zweiten Folge kam, wo es dann hieß, ach ja, du hast ja schon eine Frau, ach Gott, also die ist mir völlig gleichgültig. Und es ist aber auch, natürlich kommt auch die andere Frau, nämlich die zweite Frau zur Sprache, Mizaria, wo ich mich auch schon letzte Folge gefragt habe, wo ist sie eigentlich, was macht sie denn? Weil wir hatten ja auch in Folge 2 dieses Gespräch zwischen ihm, äh, zwischen ihr und Damon und ich habe ja da ein bisschen vermutet, ja, was macht man mit ihrem Charakter und wird ja auch noch was mit ihr kommen. Aber so, man hat sie so ein bisschen ausgeblendet, so ein bisschen vergessen und jetzt hier kommt sie zumindest zur Sprache und nachher sehen wir sie auch kurz. Ja, bin ich gespannt, was sie daraus noch machen werden. Ähm, auch im Hinblick nochmal darauf dann, äh, was dann ja hier passiert zwischen, ähm, zwischen Damon und, und Rhaenyra. Er sagt auch noch einen ganz wichtigen Satz, der bei ihr auch wirklich haften bleibt. Ein Leben in Angst lässt einen das Leben verpassen. Ja, was ja dann so ein bisschen das, was später folgt, aufbrechen soll. Genau, richtig. Also, weil dann, da wird ja dann mit diesem Thema gespielt, was man verpassen könnte. Genau, aber, also, also, diese Unterhaltung hier ist tatsächlich sehr wichtig, um den weiteren Fortgang, äh, der Handlung, beziehungsweise die, das Geschehen, was, was die beiden Figuren angeht, wirklich zu verstehen, habe ich den Eindruck. Auf jeden Fall, sie, also, die beiden würde ich ja sagen, äh, Damon und Rhaenyra sind hier auch ganz klar im Fokus dieser Folge. Und andere, ja, gut, sind sie eigentlich immer, und andere werden dann, ja, werden meistens vielleicht mal für eine Parallelmontage mit, mit einbezogen. Dazu kommen wir gleich. Wir bekommen etwas, was wir in Folge 3 nicht gesehen haben, nämlich eine kleine Ratssitzung. Oh, wie schön, ja. Denn Otto Hightower hat mal wieder etwas zu berichten, eine Nachricht von seinem Bruder aus Oldtown, auch wieder so ein Name, der natürlich, der jetzt auch schon das ein oder andere Mal gefallen ist und der auch bei Game of Thrones Fans natürlich Bilder hervorruft. Oh, ja. Von der wunderschönen Bibliothek. Von einem sehr hohen Turm auch, ja. Ja, und der Bruder, der hat wiederum Wind davon bekommen, dass Corlys Velaryon seine Tochter, die er ja in Folge 2 Viserys angeboten hat, nun mit dem Sohn des Seelords von Braavos verheiraten möchte und er erhöht so ein bisschen den Druck auf Viserys, vielleicht auch wieder Verbindungen zu Velaryon zu suchen. Durchaus. Ich meine, also, die sagen ja wirklich, Corlys Velaryon, also die Seeschlange ist sehr stolz und der Stolz ist verletzt. Und naja, Lena, die ja wirklich eine gute Partie gewesen wäre, ist jetzt so ein bisschen weg vom Markt und vor allem befürchten sie dann dadurch, dass möglicherweise die Seeschlange, ja, schlimmstenfalls irgendwo abtrünig werden und eine Allianz mit den freien Städten bilden könnte. Und wer weiß, vielleicht haben sie sich da auch so ein bisschen, ich meine, das riecht dann eigentlich so ein bisschen fast nach Crab Feeder 2.0 an der Stelle, ne? Sven, wie findest du das? Also, ich habe irgendwie das Gefühl, also natürlich wird das Ränkespiel, das geht immer weiter, aber gerade haben die Velaryons ja an Seite von Damon und seien wir ehrlich, also ohne die Velaryons hätte es wahrscheinlich für Damon nicht so gut ausgesehen bei dem Crab Feeder. Ja, hätten diesen vielleicht nicht hinbekommen, da dann so erfolgreich aus Folge 3 zu gehen und jetzt wird hier auch schon wieder geplottet und so. Generell hättest du dich vielleicht mehr von den Velaryons gewinnt, bei mir geht es zumindest so von Corlys. Ich meine, letzte Folge hat er eine kurze Szene am Tisch gesehen, aber irgendwie. Im Gefecht hat man ihn noch gesehen, ne? In der dritten Folge. Ja, das ist wirklich schade, weil von denen hätte ich gerne auch ein bisschen mehr gewusst und ein klein bisschen mehr gesehen, einfach auch, wie wir das letzte Mal auch schon hatten, um die einfach auch einzuordnen. Ich habe natürlich ein bisschen nachgelesen, aber da dachte ich mir, das ist schade, man hätte da wirklich so ein paar mehr Velaryons aufzeigen sollen, anstatt immer nur an irgendwelchen kurzen Besprechungen oder an einem Tisch oder sonst was. Ich hätte über die gerne ein klein bisschen mehr. Ja, das stimmt. Jetzt muss man halt sagen, ja, ich weiß, es ist die Serie House of the Dragon, aber auch gerade Valerian hängt ja auch mit drin und ist ja auch verbunden und gerade auch Reynes oder also gerade das Ganze, was wir in Folge 1 und 2 ja schon so auch teilweise mit zu den Highlights sehen oder zu den, ja, kleinen Überraschungen oder so gezählt haben. Das finde ich schade, dass es hier manchmal so unter den Tisch fährt. Also ich hoffe wirklich, dass man da auch noch was zu sehen bekommt. Ja, vor allem, wo ist Reynes? Die sehen wir ja gar nicht mehr. Also das ist, ja, also ich meine, die, ich muss ja sagen, die Maus hat, also hier hätte sie sich spätestens eigentlich zur, was, ja, vielleicht ist sie weggestorben, keine Ahnung. Also sie, sie könnte sich hier so langsam ein bisschen, also sie hätte sich, wenn sie in dieser Folge hätte auftreten können, hätte sie sich wirklich so ein bisschen zur Olenna Tyrell, äh, 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 zum, zum Olenna Tyrell-Pandor so ein bisschen mausern können. Ja, aber vielleicht kommt das ja noch, aber Call is Valerian, also da kann ich auch Sven nur zustimmen. Äh, das Problem ist, äh, die Figur ist interessant und wenn du dann liest über den, hast du jetzt dann wahrscheinlich gemacht, dann findest du den noch interessanter. Weil das ist wirklich, das ist einer der größten Seefahrer dieser ganzen Welt, der könnte dir wahrscheinlich von, von jeder Insel und jedem Land und sonst was erzählen und sie machen leider nichts daraus. Das ist wirklich ärgerlich. Ich weiß, die Serie dreht sich um die Targaryen, aber man muss sagen, manche Figuren und, äh, Paul, du hast es vorhin so richtig gesagt, sind, sind Spielsteine, Funktionsträger, ne, weil's eben alles sehr plotforciert ist. Er würde ja auch so ein bisschen, zumindest, was das Marketing angeht, auch so, also zumindest, weil ich, ist auch nur meine Wahrnehmung, aber schon so, also bei den Charakterpostern zum Beispiel erschien er ja auch. Ja. Äh, das, äh, und auch Rain ist erschienen dort, also, aber wir sind ja noch nicht am Ende der, der, der Serie, also da sollte vielleicht noch was kommen zu den, zu den, äh, Figuren. Äh, viel mehr zu der kleinen Ratssitzung, Dom, möchtest du da noch was anmerken? Äh, eigentlich soweit nicht, also es ist schön, dass hier, ich weiß nicht, ich glaube, hier fällt, zum ersten Mal der Name Braavos in der Serie, ne. Ähm, auf jeden Fall auch nochmal so ein Earcatcher. Genau, schön und es, es wirkt auch nicht forciert, sondern es macht absolut Sinn, weil die Seelords von Braavos, ne, und, äh, wenn jetzt zum Beispiel ein Verweis noch auf die gesichtslosen Männer gekommen wär, das wär ein bisschen zu viel gewesen. Ja. Aber, äh, nö, find ich, find ich, find ich schön. Es ist, es ist nicht einfach nur Name-Dropping, sondern es, es baut irgendwie so im Kopf des Zuschauers, find ich, die Welt wieder auf, die man mal kannte. So ein bisschen, ja. So, es wird Nacht in Königsmund. Und, das ist mein zweiter Gedankenabschnitt. Die Nacht in König, die Nacht in Königsmund, genau, da passiert ja jetzt so ein bisschen was. Oh, ja. Und, wir beginnen mal mit, mit einer ganz, ganz kleinen Szene, wo, äh, Viserys ein Bad nimmt und Alicent, äh, so die, die, die Bediensteten dann rausschickt und sagt, ja, komm, ich mach das mal, ich, 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 ich helfe ihm. Was natürlich auch wirklich ihren, ihren Stellenwert zeigt und auch ihre, ja, man weiß immer nicht, Tutsis jetzt, weil sie ihm, also, weil sie ihm wirklich helfen möchte oder vielleicht dann doch den Einfluss auch ihres Vaters wieder übertragen möchte. Ja. Ich werde nicht schlau aus der. Und das ist aber das Spannende an ihr. Ja. Als kleiner, ja, und ich hatte auch Gefühl, dass diese, diese Szene ist ja eben nur, um auch diese beiden Charaktere zu etablieren, denn zu diesen Charakteren wird ja jetzt immer wieder übergeblendet quasi. Eigentlich stehen ja in der Nachtszene eher im Vordergrund Rhaenyra und Daemon. Genau. Und Rhaenyra, da sehen wir zunächst, ja, sie geht scheinbar ins Bett. Also, zumindest wirkt es so. Aber eigentlich schleicht sie sich raus. Sie versteckt ihr Haar, das hat mich so ein bisschen an Arya erinnert, wenn sie sich mal in die Stadt, also gut, sie hat es jetzt nicht versteckt, aber sie hatte ja dann eh, also ja gut, sie sah halt dann sowieso ganz dreckverschmiert aus. Und sie schleicht auch wieder an dem Kopf von Balerion vorbei und trifft dann auf Daemon. Und da habe ich gedacht, oh, was macht die denn jetzt? Also, wo geht es denn jetzt hin? Und dann schleichen sie sich gemeinsam raus nach Königsmund, also in die Stadt, in die dunklen Gassen. Und das muss ich sagen, das war echt ein spannender Einblick. Und ich hätte mir fast gewünscht, ich hätte auch gerne mal so eine Folge aus Sicht von den Leuten, die da in Königsmund leben, aus deren Sicht, wie sie das alles erleben. Und ich fand diese nächtliche Stadtsequenz, wo sie da wirklich durch die engen, verruchten, dunklen, hin und wieder, da fackelt mal eine Kerze oder fackelt mal ein Feuer und so. Also, also, das fand ich unheimlich stimmungsvoll, Sven, wie ging es dir? Ich muss sagen, als sie abgebogen sind, dachte ich, ah, so sieht also die nocturne Gasse aus. Und es hat mich im Hintergrund, also es hat mich wirklich komplett daran erinnert. Und mir hat im Hintergrund echt nur noch gefehlt, dass jemand ruft, die giftigen Schneckenschleim zu verkaufen. Weil sie laufen ja an verschiedenen Gestalten vorbei, die ihnen dann eben irgendwas präsentieren. Und na, wie sieht es aus, Kaufen? Ja, ja. Es hat mir, es hat mir sehr, also ich mag das. Ich mochte das auch schon vorher, weil es einfach auch ein dreckiges, trotzdem verruchtes. Es ist mal eine Abwechslung, ne? Ja, es ist eine Abwechslung, genau. Und diesen ganzen Hochglanz von den Targaryens, von dem Königshaus, ja. Genau, und da hast du einfach so dieses, ja, das bürgerliche Bild, ja. Die leben oben in ihrem Alles-Schnieke-Alles-Super, ja, und der Rest kippt halt die Scheiße auf die Straße. Ja. Das ist ja so ein bisschen das, was mir bei House of the Dragon eben durch diesen Fokus fehlt, dass du bei Game of Thrones ganz viele verschiedene Handlungsstränge und teilweise ja auch jetzt nichts mit der Königsfamilie oder eben zum Beispiel Arias Handlungsstrang. Gut, sie ist jetzt verwandt mit den Starks, aber sie erlebt ja wirklich das Leben als ein Niemand in dieser Welt. Und diese Perspektive, die fehlt hier natürlich eben durch den Fokus auf die Targaryens fast vollständig. Und hier in dieser Szene, also es war wirklich mal eine Abwechslung, also das fand ich toll. Es schafft auch eine super Atmosphäre. Und die Szenerie ist ja nicht lang, sondern sie gehen durch, sie gucken sich auch noch dieses Theaterstück. Oder gucken sie sich dann später. Ja, das kommt ja in genau das Theaterstück. Genau, das passiert ja dann da. Und also, wie gesagt, es gibt immer mal dann den Umschnitt zu Alicent und Viserys, aber dazu können wir dann ganz kurz kommen. Bleiben wir erstmal bei denen hier. Eine wachsitzende Szene, ja. Dieses Theaterstück, also sofort die Flashbacks zu Staffel 6 und zu Arya in Braavos. Und eigentlich spiegelt sich diese Szene ja hier genau, genau wie Arya damals sich angeschaut hat, was eben, ja da hat sie ja quasi die Handlung von Game of Thrones oder von ihrer Familie und von dem König und so erzählt bekommen, vorgezeigt bekommen. Am Anfang hat sie ja auch noch gelacht, bis sie dann gesehen hat, wie ihr Vater und so weiter dargestellt wurde. Und der ganze Handlungsstandort um Lady Crane. Und das wirklich wirkt hier sehr, sehr ähnlich. Ja. Also wirklich, bin mir nicht sicher, ob es mich schon fast gestört hat, weil es wirklich so ähnlich war. Weil man arbeitet natürlich mit denselben Witzen, aber es ist halt eben dann für das Volk dort gemacht. Und mit diesen Übertreibungen und mit dem, da holt er da so einen riesigen Stockpenis raus oder so. Also es ist dieses, es fühlt sich wirklich sehr, sehr, sehr doll nach der sechsten Staffel von Game of Thrones an. Ja, mich hat es natürlich auch unweigerlich daran erinnert, auf der anderen Seite, ja, ich meine, da hast du nun mal auch irgendwo dann die Stimme des Volkes und die Wahrnehmung des Volkes an der Stelle. Also ich kann auch noch mal sagen, in der Szene vorher mit der Gasse fand ich ganz großartig. Das hatte für mich so, ich weiß, ich weiß nicht, warum ich hier ständig mit Disney-Referenzen komme, aber es hatte wirklich auch was von mir von, von hier Aladin, wo, wo Jasmin da irgendwie heimlich zum ersten Mal nach Agrabah reingeht. Und das ist ja irgendwie auch so ein Klischee, die Prinzessin will mal außerhalb des Palastes sein und so. Das stimmt, ja. Ja. Das war natürlich auch in Braavos. Hier spielten Männer tatsächlich auch Frauenrollen, ne, also wie das üblich war, selbst am Hofe von, von, weiß ich nicht hier, also zu Shakespeare's Zeiten zum Beispiel am Hofe von Königin Elisabeth oder so. Das war ja ganz üblich, dass Männer auch Frauenrollen gespielt haben, damals im Theater. Fand ich sehr authentisch dahin und man merkt ja auch, was, was die für einen Blick, äh, auf die ganze Situation haben mit Rhaenyra und ihr bleibt dann ja, also ihr, ihr gefällt das ja nicht, was sie dann da sieht, weil letzten Endes sieht sie dann da auch sich nur bestätigt, ja, äh, ähm, alle anderen außer sie haben erstens den Namen von Eroberern und zweitens einen Schwanz, ne. Und deshalb hat sie in deren Augen keine, keine Chance eigentlich und die sprechen sich eigentlich auch für ihren zweijährigen Bruder aus, als Erben und König. Diese Szene geht noch ein bisschen weiter, denn ich hab erst gedacht, ich glaube, danach wird nämlich abgeblendet zu Viserys und Alicent und ich war da, ach was, das war's schon mit dem Einblick, aber wir sehen ja tatsächlich noch ein bisschen mehr, unter anderem wie Rhaenyra was von dem Stand klaut und dann wegrennt. Wieder ein Jasmin, Jasmin. Ja, wo, wo Damien einfach nur sagt, ja, ja, ich, ich kümmere mich drum. Äh, sie wird dann, äh, Rhaenyra wird dann ja kurz sogar aufgehalten von einer Wache, der Königsgehalte, ich hab's nicht ganz erkannt, war das, war das, war das ein Leihfechter, weil er sie so erkannt hat oder war es einfach eine Wache, die einfach die Prinzessin dann erkannt hat? Ich glaube, also sie läuft ja auf jeden Fall irgendeinem Seer in die Arme, ähm, wer das ist, weiß ich nicht genau, aber ich meine, er hätte sie erkannt, aber er sagt ihr dann irgendwie, seid vorsichtig. Genau, er hat sie auf jeden Fall, genau, er hat sie auf jeden Fall erkannt. Seid vorsichtig, ihr habt nicht immer so ein Glück wie jetzt, ne, beziehungsweise andere stechen erst zu und stellen dann Fragen wahrscheinlich so ein bisschen, ne. Ja, jedenfalls führt sie dann Damon in, ja, ist es ein Bordell, ich würd schon sagen. Ja. An ein Ort, dieses, dieses total, dieses Verruchte, dieses total Zwielichte oder dieses Dunkle, das hatte was total Soghaftes an sich. Sven, wie ging's dir? Hast du endlich das bekommen, was du in der letzten Folge vermisst hast? Nein, nee, es war einfach zu dunkel. Ja, das war's wirklich. Als ich, als sie da rein sind, dachte ich, okay, jetzt geht's rund. Und mir war auch klar, dass sie da nicht drin ist, um sich irgendeinen Burschen oder irgendeine Maid zu krallen, sondern ich, mir war schon klar, auf was es hinausläuft. Aber, aber das kommt dann auch erst danach. Also das Resultat, da bin ich mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Mhm. Ja, wir können sie ja auch direkt jetzt schon ansprechen. Ich mein, was dann dazwischen geschnitten wird, das können wir auch gleich drauf eingehen. Aber wir sehen ja, wie sich Rhaenyra und Damon näher kommen und sich dann auch küssen und ja. Ja, vor allem, äh, fand ich es aber sehr toll, also, ähm, so dieses Machtgefüge zwischen denen ist trotzdem immer noch präsent in der Szene. Ja. Also es baut sich zwar so auf, aber dann gerade, also erst küssen die sich so, erst so nach und nach und dann wirken aber diese, diese Küsse, die sich gegenseitig geben, das, das wirkt auch wieder wie so ein, wie so ein Machtkampf gegenseitig. Also das, das wirkt nicht unbedingt wie liebevolle Gesten und sie weist ihn dann ja auch zurück, weil, weil es sich dann irgendwie doch wahrscheinlich für sie falsch anfühlt. Aber es ist wirklich so, ja, so ein, so ein Ringen irgendwie so. Er küsst sie erst irgendwie auch relativ stürmisch, glaube ich, und dann lässt er von ihr, von ihr ab und sie reagiert dann auf ihn und also als, als ob die sich versuchen gegenseitig zu übertrumpfen in dem Moment. Das ist fast eine Art, ja, macht Wett, Wettstreit irgendwie. Fand ich sehr toll. Also, das stimmt und deswegen, also unter anderem glaube ich auch, dass er sie, ich sag's jetzt auch mal, bewusst in eine Falle gelockt hat. Ja. Den Gedanken, den Gedanken hatte ich nachher auch, aber das, wie spricht sich da mit dem, mit noch was, was dann auch noch passiert, aber daran hatte ich auch gedacht. Aber ich hatte, ich kann auch das nachvollziehen, was du gesagt hast, Dom, es hat sich ein bisschen wie auch von der Inszenierung her dann irgendwann wie ein Rauschzustand angefühlt, bei dem sich beide eben, oder in dem sich beide irgendwie reingesteigert haben, bis dann Damon sagt, nö, jetzt, also, bis er dann sagt, tschüss. Jetzt kann man natürlich reden über diese Szene, man sieht nicht viel, man sieht, wie gesagt, alles sehr schwummerig. Man sieht auch Männer unter anderem, ne, zwei Männer sieht man auch einmal angedeutet. Richtig, genau, das sieht man auch, ja. Mhm, fand ich schon. Und ich meine, also man konnte sich natürlich immer schon erschließen, aber sie fragt dann ja auch, was ist das hier für ein Ort? Und dann sagt der Damon nur, ja, das ist der Ort, wo die Leute hinkommen, um ihre, um ihren Bedürfnissen zu frönen. Also halt auch irgendwie so ein bisschen, ja, es hatte irgendwie fast schon was von so einem, ich sag's jetzt mal ganz herbe Straßenstrich irgendwie auch, ne? Also, ja, und ich, diese Szene oder das zwischen denen, also zwischen denen und den anderen, das war schon stilisiert, also das war schon, hatte jetzt keine so richtige Natürlichkeit irgendwie, sondern es war, vielleicht liegt's auch, wie gesagt, an diesem, an diesem Rauschzustand, an diesem kleinen Rauschzustand, in dem sie sich befanden. Wir sehen parallel geschnitten, sehen wir eigentlich das absolute Gegenteil von dem, was dort abgeht. Wir sehen nämlich Alicent und Viserys, beziehungsweise Alicent liegt eigentlich nur abwesend. Ja, Seesternsex nennt man das, ja. Ja, äh, ja, es ist wirklich so, die liest da einfach nur letztes über sich ergehen, während Viserys, äh, also in der, in der früheren Szene, erbittet er ja irgendwie zu später Stunde ihrer Anwesenheit, als sie schon längst ins Bett gehen will. Stimmt, genau, das war das, das war das, wo die, das Kind ins Bett gebracht hat. Genau, und, und sie wundert sich dann, was will denn jetzt der König noch von ihr? Und dann sehen wir, dass er, ja, äh, seinen ehelichen Pflichten nachkommt, ja. Ja, ja, und ich weiß nicht, du hattest es angedeutet, diesen Zusammenschnitt, also ich verstehe, was die MacherInnen mir damit sagen wollen, insbesondere eben auch mit der direkten Verbindung eben zu da, was bei Damon und bei Rhaenyra abgeht, aber wirklich gezündet hat's bei mir nicht. Ja, es, ich, ich glaube, es sollte natürlich auch eine gewisse Dynamik da reinbringen, dieser Gegenschnitt, also von den beiden gegensätzlichen einstigen Freundinnen, ist natürlich auch sehr bezeichnend, aber ja, ich kann mich anschließen, es hat nicht so wirklich, also ich, ich will nicht sein, dass das mit Alicent und Viserys ein Störfaktor war, aber es war ehrlich gesagt auch fast ein bisschen unfreiwillig komisch, wenn ich ehrlich bin. Sie hätten es meiner Meinung nach auch ein bisschen kürzer machen können, also ich, ich, ich hab da drin eigentlich nur gesehen, was, äh, vor was versucht, äh, Rhaenyra eigentlich abzu-, also, vor was sie eigentlich flüchtet, was sie eigentlich überhaupt nicht will. Und dann hast du halt diesen Gegenschnitt, dass, ja, die eine sagt, ich mach das, was ich will, und die andere sagt, ja, ich muss aber gewisse Sachen einfach über mich ergehen lassen. Da hatte ich so dieses, ja, aber das ging mir dann, es ging mir dann auch tatsächlich zu lang, wo ich gedacht hab, also für mich persönlich, dachte ich nur, okay, komm, jetzt ist aber gut. Die sind ja, die sind ja, die sind ja vor allem, das darf man nicht vergessen, die sind ja auch so ein bisschen in einem Alter und während Rhaenyra eigentlich jetzt erst so langsam, sag ich mal, ihre Sexualität entdeckt, ähm, und auch ihr, ihr Bedürfnis danach irgendwo auch, äh, ist Alicent eigentlich in einer Ehe gefangen, die ihr in der Hinsicht zumindest nicht sonderlich zusagt. Das ist natürlich auch der, der harte Kontrast bei dem Ganzen, ne, also während Rhaenyra wirklich so in der, ja, irgendwo, ich sag's mal, jetzt so gesteigerten Petting-Phase ist, ist Alicent irgendwie nur noch so ein bisschen Dienst nach Vorschrift. Und ich fand das ehrlich gesagt auch bezeichnet, dass Alicent, also, es ist schon interessant, dass Rhaenyra in einem Bordell ist, aber Alicent wirkt eigentlich eher wie eine Bordellhure, die es einfach nur über sich ergehen lässt. Das, das stimmt, ja, da hast du, ja, da hast du recht, ja. Ja, wir sehen, wir kommen zurück, äh, zu Rhaenyra und Damon, wo Damon dann irgendwann die ganze Sache stoppt und dann auch weg geht und Rhaenyra ja da auch wirklich komplett alleine lässt und sie sich ja auch erst mal sortieren muss, sie hat auch ihr, ihr Tuch nicht mehr auf, sie, also, man sieht's eigentlich voll, aber dort, in diesem Bereich interessiert sich sowieso keiner, erst mal wer da noch mit rumläuft, außer wenn sie das Bordell, äh, verlässt. Und da hab ich dann natürlich schon, da hockte, es war sehr dunkel, aber es war, ich nehme an, einer, äh, so, ein Vor-Vor-Vorfrager der kleinen Spatzen, wie man sie dann in Game of Thrones sieht, äh, der Rhaenyra da nachschleicht. Und da war ich dann so, hm, 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 okay. Das hab ich auch erst so bei näherem Nachdenken tatsächlich ist mir das aufgefallen, weil das relativ beiläufig, glaub ich, in der Inszenierung ist, ne? Mhm. Fand ich, fand ich sehr schön tatsächlich, schöner und, und, dass man, also, dass es auch so ein bisschen dem Zuschauer überlassen bleibt, äh, dem Publikum überlassen bleibt, zu überlegen, ja, kommt mir das so ein bisschen bekannt vor, ne? Man darf nicht vergessen, ich glaube, der Sieben, der ist hier ja schon präsent, ja. Ja, Entschuldigung. So, wir, äh, Damon findet sie auch gar nicht mehr, Damon ist, wie wir dann in einer späteren Szene sehen, vermutlich einfach zurück zu Miseria gegangen, denn er wacht dann neben ihr. Genau. Und Rhaenyra kehrt zurück ins Schloss, sie geht an einem total verdutzten Kristen Cole vorbei, der kann auch nicht, äh, Moment, und der fragt auch sofort natürlich wieder, geht's ihnen gut, also, oder geht's ihnen gut, also, was ist los? Ähm, und Rhaenyra ist ja noch so ein bisschen, ist noch so ein bisschen in dem Feeling drin von, von dem Bordell. Man könnte denken, die hat einen Tee so ein bisschen, ne? Ja, ja, finde ich auch, sie ist noch in diesem Zustand, der Zustand im Gegensatz zu Damon, der sich ja dann so ganz plötzlich da aus der Sache verabschiedet und weggeht, ist sie immer noch in diesem, in dieser, wie in einer Art Trance gefangen und spielt dann erst noch so ein bisschen lapidar mit Kristen Crowe und Lockdown. Und, ja, die poppt den wirklich schon, ne? Ja. Mit seinem Helm, die nimmt ihm seinen Helm weg und er will den dann unbedingt wiederhaben und dann lässt sie ihn auch nicht mehr gehen, versperrt ihm den Weg. Und, ja, macht sich dann wirklich schon an ihn ran, also, sie küsst ihn und er verweigert sich dem erst und dann geht es aber so stufenweise, dass sie ihn aus seiner wirklich dicken Rüstung schält. Ähm, und, ja, dann geht es so stufenweise einfach, ne? Also, er lässt sich dann irgendwann auch auf sie ein und die packt den halt aus seinem Goldpanzer aus und so weiter und so fort. Legt auch diesen, diesen goldenen Mantel ab, der ist ja auch sehr charakteristisch, ne? Ähm, und man sieht, dass er aber trotzdem immer noch so ein bisschen im Zwiespalt ist, aber sich trotzdem zu ihr hingezogen fühlt. Und, ja, ich muss sagen, ich fand die Szene eigentlich, ehrlich gesagt, ganz schön inszeniert. Also, es hatte irgendwo so was, so was Verspieltes auch. Und zugleich, äh, merkte man aber, dass Rhaenyra dann nicht damit gerechnet hat, dass sie, also, es hatte, es hatte auch ein bisschen ironische Note für mich, weil sie halt dann erst mal merkt, oh, das ist aber ziemlich umständlich, dem seine Rüstung auszuziehen. Es ist halt, ich finde, da sieht man halt auch, dass die halt trotzdem noch nicht, in Anführungsstrichen, älter ist, sondern, dass es, dass in ihr trotzdem noch ein, eine junge, eine ganz junge Frau steckt. Ja, ein Teenie eigentlich. Und dieses Verspielte einfach noch da ist. Ja. Also, ja, das hört sich jetzt bescheuert an, aber ihr wisst, was ich meine. Ansonsten finde ich, die Szene ist schön gemacht, es hat auch wieder so ein bisschen, so diesen, ähm, ja, diesen, diese Folge steckt voller Liebe, zumindest ansatzweise. Und es ist, ja, es ist super inszeniert, es ist stimmungsvoll, aber ich dachte halt auch, ja, okay, das hättet ihr jetzt echt nur andeuten können und dann. Ja, obwohl sie haben's, ich muss sagen, ähm, also hier, Millie Alcock hat ja dann auch hier ihre erste Nacktszene und ich muss sagen, das ist eigentlich auch sehr ästhetisch inszeniert. Ja, das ist natürlich auch wieder die Frage, für wen ist das ästhetisch? Ja, natürlich, aber es wirkte jetzt nicht so krampfig drauf getrimmt, sie jetzt irgendwie, äh. Nein, es wirkt halt auch hier, die sie, oder auch hier inszeniert. Also es wirkte jetzt nicht ausbeuterisch, so nach dem Motto, oh, die muss jetzt aber so langsam mal Haut zeigen. Und wieder, es ist mir wieder aufgefallen, erstaunlicherweise haben wir hier mehr männliche oder mehr Fokus auf männliche Nackt als weibliche. Kommen wir mal zu den Folgen dieser Nacht, denn das ist quasi der letzte Abschnitt oder der letzte Abschnitt dieser Folge, die, auch wenn ich so meine Notizen überfliege, gar nicht so viel, also jetzt inhaltlich, weil diese Nacktszene, die nimmt schon ganz schön was ein. Ja. Diese plötzliche Entscheidung, da könnte man jetzt natürlich auch noch kurz drüber diskutieren, warum, aus welchem Grund er sie dann plötzlich so verlassen hat. Es wird ja dann auch hier wieder aufgegriffen, der Junge, der Rhaenyra gefolgt ist, ist offenbar einer dieser Spatzen von, einer der Botschafter von Otto Hightower. Hightower, der eben mit Otto von Rhaenyras Besuch in einem Freuenhaus berichtet hat. Hat auch wieder gewisse wahres Vibes, ne, mit dem Vögelchen. Vielleicht noch, Dom, was sagst du denn, warum ist Damon plötzlich, so plötzlich dann aus dem, ja, aus dem Bordell gegangen? Ja, ich hab da eine ganze Weile drüber nachgedacht und ich muss sagen, hm, tu ich mich schwer mit, ehrlich gesagt. In der Hinsicht kann ich nicht so in seinen Charakter reinsehen. Das ist einfach sein Charakter im Weg. Ich hab's auch nicht ganz deuten können. Ich weiß nicht, Sven, ob du da warst. Also ich persönlich glaub's nicht, weil er hört so abrupt auf und das ist jetzt kein Typ, der wirklich ewig lang, also da noch drüber sinniert, das soll ich's tun oder das soll ich's nicht machen, der nimmt sich das, was er will. Ja, richtig. Und er lässt sie und ich glaub nämlich auch dieser Ausflug in die, wie sag jetzt mal weiterhin, Nocturngasse inklusive dem tollen Theaterstück, dass das alles geplant war. Dass er ihr zeigen wollte, das halten die von dir. Sie gehen rein, er bricht sozusagen ihren Willen und zeigt ihr dann auch noch, ich bin hier oben und du da unten, wo du hingehörst, geht raus. Die Leute wissen, also, ne, die Spione, das war ihm klar, dass die natürlich auf Schritt und Tritt verfolgt werden. Ich glaub wirklich, er sagt, alles klar, jetzt schießen wir gegen die anderen und will sie vielleicht bei seinem Plan, den er dann aushackt oder auch nicht, auf seiner Seite haben und einfach sagen, du weißt doch, was die Leute von dir halten. Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass das Szenario, das am Ende dann passiert, dass er das wusste, um ihr einfach auch nochmal zu zeigen, die Leute halten dich für Müll, für, du hast einfach diesen Platz der Thronfolge nicht verdient und schließt dich mir an. So, auf dem, auf dem Trichter bin ich dann, grad so auch mit der letzten, mit der letzten Sequenz bin ich eigentlich. Aber vielleicht. Das andere wüsste ich, wüsste ich nicht. Ja, es ist, es ist ja, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, ich hatte ja gerade eben schon diesen, diese, ja, Liebeleien zwischen denen, in dem Bordell hatte ich ja irgendwo so ein bisschen so als Kräftemessen, als Machtkampf bezeichnet. Und es kann natürlich auch sein, dass ihm, also vielleicht hat er sie auch unterschätzt, weil sie fordert ihn ja irgendwie auch so ein bisschen heraus. Und es kann sein, dass er sich da dann nochmal irgendwie zurückgezogen hat. So könnte man es auch interpretieren. Es lässt schon Spielraum irgendwie für, für Spekulationen, ne. Und da merkt man dann vielleicht auch, dass er, äh, so ein Charakter ist, in dem man, was das angeht, nicht so ganz hineinsehen kann oder nicht so sehr, wie man sich das vorstellen würde. Aber die Interpretation von Sven finde ich tatsächlich schon ziemlich, äh, schlüssig. Muss ich sagen. Kudos. Ja, ja, Otto berichtet, wie gesagt, wie Ceres von diesen Beobachtungen, der erst mal völlig außer sich ist und das auch gar nicht wahrhaben möchte und den Spieß so ein bisschen umdreht, weil er auf einmal Otto Hightower konfrontiert mit zum Beispiel der, die Spionage. Und da war das erste, und da kommen wir jetzt auch nochmal kurz zu Otto, der, mit dem wir am Anfang der Folge so schräg reinblicken haben sehen, für ihn wendet sich das Platz so ein bisschen. Weil bisher hat er immer so den, den Einflussnehmenden gespielt, aber irgendwie bei Viserys scheint was geklickt oder irgendwas, ja, irgendwas passiert zu sein. Vielleicht ist auch das, das jetzt ausschlaggebend, dass er das eben natürlich überhaupt nicht wahrhaben möchte, dass da Rhaenyra mit Daemon gesehen wurde. Mhm. Dass ihn jetzt eben seine Gedanken zu Otto nochmal neu ordnen lässt. Ja, er hat natürlich auch seit Folge 3, da hat ihn ja Otto wirklich schon genervt, ne? Also, da saß er ja da und wollte nicht von Politik wissen und auch nicht von, und er weiß ja, dass der ihm Aegon auch irgendwie aufschwatzen will, wie gefühlt die Hälfte seines, seines Hofstaats. Ähm, ja, und er merkt ja auch so langsam, also er hält es ja wirklich für eine, für eine Lüge und, also Otto meint ja, muss ich es jetzt wirklich aussprechen, euer Gnaden und Otto, äh, Viserys hält es, hält es wirklich für eine faustdicke Lüge und hinterfragt dann dabei so langsam auch Ottos Motive. Also, von wegen, willst du ihr schaden, weil du unbedingt meinen zweijährigen Sohn auf dem Thron sitzen haben willst, ne? Und er wird dann auch wirklich wütend. Also, ja, ich muss sagen, im, im Nachgang erscheint es mir jetzt, also unglaubwürdig ist es nicht, dass Viserys so langsam argwöhnisch wird. Er müsste ja auch gemerkt haben, ähm, wo auch generell so, dass um Damon herum auch schon in der ersten Folge, äh, herkam oder auch hier mit Corlys Velaryon, ne? Ja, das, also er merkt so langsam, dass Otto doch irgendwie einige Steinchen rumschiebt in seinem Machtgefüge und, äh, ja, das Problem ist nur, er wird dem wiederum auch, äh, also ich glaub, beide werden bespitzelt von Alison, die ja lauscht, ne? Richtig, genau. Und vielleicht, ja, vielleicht hat sich da, äh, Otto ein bisschen verschätzt. Also, er hat sich auf jeden Fall verschätzt, denn diese Nachricht war ja auf jeden Fall ein Anstoßpunkt dafür, was dann auch später mit, äh, zwischen Viserys und Otto passiert. Mhm. Kommen wir kurz, äh, vorher nochmal, äh, zu Alicent. Genau, Alicent hat das alles mit angehört und, äh, spricht jetzt mit Rhaenyra. Sie möchte es, sie will sie quasi so ein bisschen vorwarnen oder sie will mit ihr auch nochmal darüber reden, über diesen Gossip. Wobei sie es nicht als Gossip abtut. Nee. Ich hab das Gefühl, die beiden, wenn sie sich begegnen, die kennen einander schon so lang. Mhm. Die kennen, die wissen, die, die wissen, äh, was die anderen denken. Rhaenyra vielleicht noch ein bisschen weniger von dem, weil sie versucht ja natürlich, äh, Alicent, also das abzustreiten und zu sagen, nein, äh, der, Damon hat mich nur zu einer Show geführt und, äh, da ist, da ist nichts passiert. Aber ich glaube, dass auch Rhaenyra schon ahnen kann, dass Alicent sich da ziemlich sicher ist, dass sie es weiß, dass das vielleicht doch wahr ist. Ja, vor allem lügt sie sie schon an, ne? Sie sagt ja, ach ja, da war nicht, wir haben uns nur das Stück da angesehen und dann haben wir die Tavernen besucht und dann, 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 dann war er ein bisschen zu betrunken oder was auch immer. Ja, oder wir waren beide ziemlich betrunken, also das ist ja, das ist ja irgendwie so eine, so eine Halbwahrheit, ne, in die sie sich hier flüchtet. Auch wieder sehr, äh, präsent hier, wo sie sich treffen, ist ja nicht nur irgendwo, sondern wieder, äh, an, an diesem Wehrholzbaum, ne? Ja. Also irgendwie alle, alle Vertrauensgespräche zwischen den Mädels finden immer da statt, hab ich das Gefühl. Ja. Ähm, und, äh, es hat ja dann, also Rhaenyra ist ja, ich glaub, das ist ja am nächsten Morgen, ne, die ist ja dann da in ihrem, ihrem Gemach. Und wer bringt natürlich die Nachricht von der Königin Christon Kraut, mit dem sie ja gerade, ja, unzüchtig war. Ja, und, äh, also das hat ja dann auch nochmal so eine, so eine gewisse Note, also auch das Verhältnis zwischen denen ist ja nochmal ein bisschen anders als vorher. Und, ähm, dann das hier zu, zu Alicent, das, also das, das schien ja gerade eben erst wieder so ein bisschen sich anzunähern und jetzt ist hier wirklich ein richtig harter Vorwurf, von Braunmann, darf auch nicht vergessen, Alicent ist die Königin, ne? Das ist, das ist tatsächlich, tatsächlich ein schweres, ein schweres Ding. Ich, ja, bei Alicent geht's mir wie euch, ich kann sie nicht einstufen, ich kann sie jetzt auch, ich glaub, sie kann man auch schlecht in eine Ecke rücken. Hm, wie ist das Swings irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, was aber, wie gesagt, wie ich finde, auch damit zu tun hat, dass man halt über ihren Charakter außerhalb von diesen Szenen, wo sie eben. Ihren ehrlichen Pflichten nachkommt. Ja, oder wo sie eben das zeigt oder wo sie so ein bisschen, äh, manipuliert, auch wenn sie es sehr subtil macht oder sehr, ne? Dass man außerhalb dieser Szenen nahezu nichts von ihrem Charakter erfährt. Ja, das stimmt, wobei ich ihr immer noch nichts Böses unterstellt habe, bis dahin, wo sie gelauscht hat, weil sie könnte, ja, okay, sie würde sich dann gegen ihren Vater stellen, sie könnte das Ganze ja eigentlich schon aufklären. Und könnte sich ja schon hinstellen und könnte sagen, ey, pass mal auf, ich als deine Königin, als deine Mutter, ähm, sage dir, egal wohin du gehst, dir wird immer irgendjemand folgen und dass das Ganze halt eher so auch so ein bisschen auf ihren Vater münzt, aber sie macht's ja nicht. Ja. Und sie weiß ja, ich denke, sie weiß auch ganz genau, dass Rhaenyra sie anlügt. Natürlich, ja, das weiß sie. Also würde ich auch sagen, dass sie das weiß. Sind sie euch da so sicher? Deswegen glaube ich, dass sich einfach diese Fronten dann direkt so, so schnell sie auch wieder halt geöffnet wurden, so schnell gehen sie halt auch wieder zu. Ja, ja, und wir sehen ja auch, es gibt auch nochmal in der Folge ein Gespräch zwischen Viserys und Alicent. Es ist ja ein kleines bisschen vorgegriffen, aber die Szene können wir ruhig vorziehen, wo Alicent auch nochmal so ein bisschen für Rhaenyra einsteht. Und auch, also, dass man wirklich sieht, so ein bisschen so die Freunden, also sie sind jetzt nicht erbitterte Gegnerinnen. Das sind sie nicht, sondern da, also zumindest in Alicent, da ist das immer noch da, aber ich, ach, keine Ahnung, manchmal wirkt der Charakter für mich so ein bisschen, ja, also die eine Szene so, die andere so, oder? Mhm, Inkonsistenz. Ja, ich bin gespannt, wie das dann aussehen wird, wenn die Darstellerin wechseln wird zu Olivia Cooke. Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Alicent wirklich weiß, dass Rhaenyra sie anlügt, weil sie sagt dann nämlich in der Szene eigentlich, dass sie ihr glaubt. Aber wir sind jetzt auch, glaube ich, ein bisschen zu weit gesprungen, weil es kommt ja noch was dazwischen, ne? Ja, genau, vor dem Gespräch von Viserys und Alicent kommt die Konfrontation mit Damon, der jetzt genau im Gegenteil zur ersten Szene, wo er da noch erhobenen Hauptes und mit dem Schwert des Grabfeeders reinmarschiert ist, dass sie jetzt, ja, regelrecht reingeschliffen wird und dann auch vor dem Thron da einfach auf den Boden gestoßen wird und Viserys auch erst ein bisschen später dazukommt und im wahrsten Sinne des Wortes dann auf den am Boden liegenden Eintritt. Ja, starkes Bild, wie der da auf dem Boden liegt, ne? Also, auch so irgendwie so. Und ich fand, also, die Szene war, die war, boah, die fand ich schon sehr unangenehm. Ja, das sollte sie auch sein, ne? Wobei ich mich, was ich mich frage, ich meine, die Targaryen gibt's ja jetzt nicht erst seit fünf Jahren. Ja. Und die Inzest-Story ist ja, zieht sich ja durch die ganze Blutlinie. Ja, ich glaub, bei ihm ist es eher so, dass es halt der Bruder ist, mit dem er ja auch, genau, erstens seine Tochter und dann halt auch, dass es der Bruder ist, mit dem er ja auch so ein, ich nenn's mal ein besonderes Verhältnis hat. Ja, natürlich, aber das war ja unter, also, unterm Rest ja genauso. Und dann sieht man, aber dann sieht man ja dort auch, dass Viserys das durchaus ernst nimmt, was Otto immer noch sagt. Ja, ja. Beziehungsweise, dass er diese Spionage, dass er diesen Spionageakt ja durchaus Glauben schenkt und da seinen Bruder ja wirklich zurichtet. Was mich da so ein bisschen entsetzt oder was mich da so ein bisschen stutzig macht, ist dieses, dass Viserys so macht, als ob das noch nie vorgekommen wäre. Ich meine, klar, wenn das die Tochter und der eigene Bruder ist, natürlich, das ist schon mal halt eine schiebe Derbe. Aber manchmal denke ich, warum regt er sich so auf? Eure Familie macht das schon immer so. Ja, er ist ja, also, ich meine, er kriegt dann ja auch von Daemon zu hören, von wegen, ja, sag mal, überleg doch mal, was wir als junge Männer getan haben. Wir haben hier eine Hure nach der anderen beglückt, in der Seidengasse, glaube ich. Und dann sagt aber Viserys, ja, wir waren junge Männer, sie ist aber ein junges Mädchen. Da kommt dann vielleicht auch durch, dass er auch nicht so wirklich wahrhaben will, dass seine Tochter, also klar, natürlich, die ganzen Hochzeitsgeschichten, aber ihr müsst bedenken, hier wird verheiratet, wenn die teilweise noch Kinder sind. Und sobald sie das erste Mal geblutet haben, kann dann auch die Ehe vollzogen werden. Aber ich glaube, Viserys muss hier erst so wirklich registrieren, dass seine Tochter langsam über sich ja zur Frau wird. Und das ist eigentlich auch ein typischer Vaterkonflikt irgendwie. Ja, aber andererseits setzt er ihr ja auch so jemanden wie Jason Lannister vor. Richtig. Und? Ja, ja, aber nur aus politischem Kalkül natürlich. Und es ist immer, also wenn er so, und da komme ich jetzt auch schon wieder zum letzten Ding, wenn er so voller Liebe, Mitgefühl und sonst was für seine Tochter ist, dann macht es Ende. Es macht zwar auf der einen Seite Sinn, aber auf der anderen Seite überhaupt nicht. Also wir kommen ja gleich drauf. Genau, das Ende können wir gleich, da hatte ich nämlich, das ist was, was ich beim, also als ich die Folge gesehen habe, wo ich so ein bisschen verwirrt gewesen bin, beziehungsweise dann auch relativ überrascht war, dass das das Ende der Folge war. Was man nicht außer Acht lassen darf, Viserys ist ja vor allem erbost darüber, dass er ja Rhaenyra letzten Endes, also zumindest aus seiner Sicht, Jungfräulichkeit genommen hat und dass ja kein Mann sie jetzt mehr wird heiraten wollen. Und der versucht sie ja wirklich geradezu verzweifelt, wirklich jetzt schon über einen ganzen Zeitraum hinweg zu verheiraten. Das spielt natürlich auch damit rein. Und das ist ja, also Viserys macht ihm dann ja auch wirklich, das haben wir noch nicht erwähnt, der macht ihm ja wirklich schon eine richtig klare Ansage. Also der legt ihm Messer an die Kehle und, ach Gott, ey. Ja, es war, es ist die unsanftere Version von, bitte verlass jetzt dieses Haus als in Folge 1. Ja, 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 aber ich muss sagen, Matt, also Matt Smith und Paddy Considine sind hier, ja, also die sind die stärksten im Cast und das, das zeigt auch diese Szene tatsächlich. Klasse. Wir haben noch drei Szenen in dieser Folge. Es kommt jetzt zum Gespräch zwischen Rhaenyra und ihrem Vater und schon der Beginn dieser Szene ist ja, also Rhaenyra wird ja regelrecht vorgeführt erst mal, wenn sie da in Begleitung der Wachen zu ihrem Vater gebracht wird. Und ja, in dieses Zimmer da, ist das auch das Zimmer mit der Burg? Ja, nennen wir diesen Modell. Glaube schon. Oder? Und ich glaube, Viserys hält sich da auch erst so ein bisschen im Hintergrund und Rhaenyra hat da noch mal kurz Zeit, sich umzusehen. Sieht da unter anderem, ich weiß gar nicht, wie heißt er auf Deutsch, den Dagger? Deutsch. Deutsch, genau. Danke, genau. Und nicht nur irgendeinen, den hat man ja auch schon in der ersten Folge gesehen, den trug ja Viserys irgendwie so, also ich glaube, in dieser Szene, wo sie vor dem gigantischen Balerian-Schädel da stehen und als er dann auch hier über Song of Ice and Fire redet, berührt er den auch so ein bisschen. Also das war auch im Nachhinein schönes Foreboding. Und ja, es ist nicht nur irgendein Dolch, es ist der berühmteste Dolch in der Geschichte von Westeros, nämlich der aus valyrischem Stahl, mit dem Bran Stark schon ermordet werden sollte im Bett. Und der am Ende, ganz großer Spoiler für die achte Staffel Game of Thrones, mit dem der Night King gefällt wird von Arya. Und da sieht man, sieht er auch die, sie sieht die Innenschrift des Dolches und es geht noch mal ganz so ein bisschen, kurz noch mal um so, um so ein bisschen Geschichte von den Tegarians. Ja, der Ajon Ahai, der Prinz, der versprochen ward. Und dann auch ... Prinz und die Prinzessin. Genau, oder die Prinzessin, genau. Ja, stimmt, das Wort ... Ich weiß es leider nicht mehr, aber Missande sagt das ja, glaube ich, in Staffel 7. Hochvalyrisch kein Geschlecht. Genau, richtig. Das hat kein Geschlecht, das kann der Prinz oder die Prinzessin heißen. Und dann auch hier wieder mit Song of Ice and Fire, also halt dieser große Traum von Aegon, dem Aobra, diese Vision, dass der Winter kommen wird und dass das Reich zusammensteht, beziehungsweise das Haus des Drachen. Und aufgrund dessen, übrigens auch, ist euch das aufgefallen, dieser Deuch, der wurde ja erhitzt. Und dann sah man die Schrift. Schindige Symbole. War das eine Herr-der-Ringe-Referenz? Bestimmt. Fand ich geil, ja. Ja, du wirst nur Cross-Promo machen, ich weiß schon. Denn wenn ihr das jetzt hört, dann gibt's auch schon beim Tele-Stammtisch die Recaps zur ersten Staffel von Die Ringe der Macht, der Herr-der-Ringe-Serie auf Amazon. Wenn ihr da unsere Recaps hören wollt, dann hört doch gern bei Dom und seinen Gästen vorbei. Genau. Hört da gerne mal rein. So, und jetzt ist es gut hier. Auf jeden Fall, Viserys macht ihr dann eine klare Ansage. Er hat jetzt endlich entschieden, wen sie heiraten soll. Und zwar jemanden, dessen Namen sie wahrscheinlich hier zum ersten Mal hört, nämlich Selenor Velaryon. Ja. Sven, vielleicht erst mal noch ... Also, da wird ja das Haus Velaryon wieder ins Spiel gebracht. Ich glaub, wir haben ihn auch schon gesehen in der ersten Folge. Und vielleicht auch in der letzten war das der junge Mann, der da auch mit um den Versammel, um den Tisch herumstand. Keiner. Ja, möglicherweise. Die sind ja alle schwarz und haben weiße Haare, ne? Ja, genau. Und das könnte der gewesen sein. Sven, wie hat ihr denn diese ... Ja, ich hatte gar nicht das Gefühl, dass es so eine richtige Konfrontation war. Es wird zu einer. Viserys schildert dann eben auch noch mal so ein bisschen die Dringlichkeit. Und was sagt er? Hey, you are my political headache. Habe ich das richtig verstanden? Diese Szene fand ich ... Paint the ass so ein bisschen, ne? Wie fandest du dieses Aufeinandertreffen von Viserys und Rhaenyra? Ich muss sagen, ich fand's ganz interessant, wie es sich hochschaukelt. Wie ... Ich meine, sie weiß, warum sie da rein muss. Das ist ja vollkommen bewusst irgendwo, dass es rausgekommen ist. Aber der Konflikt und die Spannung baut sich schön aufeinander auf. Bis es dann halt wirklich zum ... Zwar nicht zur totalen Katastrophe wird, zumindestens nicht verbal, oder dass es zu irgendwelchen Gewaltexzessen kommt. Aber es ist spannend zu sehen, er weiß, sie weiß, und wie sie sich immer gegenseitig so ein bisschen den Ball zu werfen. Das hat mir gut gefallen. Und das ist halt auch wieder so ... Die haben ein so gutes Gespür für diese stimmigen Sets. Da brauchst du ... Ja, das stimmt. ... gar nicht viel Musik im Hintergrund, sondern allein das Set mit diesen Kerzen und mit seiner Miniatur Eisenbahn, wie ich sie nenne. Das reicht schon, um ... Ja, um Atmosphäre aufzubauen. Mhm. Ich hab mich in der Szene gefragt, noch mal auf diese politische Allianz, um noch mal auf die zurückzukommen. Ja, dann dort geschmiedet werden soll. Wieder zu den Valerians. Ist Corlys vielleicht ... Oder ist er noch pisst, dass Viserys seine Tochter abgeschlagen hat? Also, ich find auch jetzt diese ... Dass diese Allianz jetzt wieder zustande kommt, ist für mich so ein bisschen ... Gut, wir wissen noch nicht, wie sie zustande kommt. Aber hat sich für mich jetzt erst mal irgendwie herbeigebogen. Angehört. Naja, ich meine, es wurde ja schon früher in der Folge ... Also, es wurde ihm nahegelegt. Er soll doch das Haus Valerian wieder so ein bisschen ... Genau, weil es ... Aber trotzdem ... Ich frag mich halt, da hätte ich, wie gesagt, gerne die Sicht von Corlys. Durchaus, ja. Oder sieht er halt auch nur natürlich dann wieder die ... die Macht-Einflüsse und sagt, nö, okay, ich hab ja noch einen Sohn. Aber vielleicht ist er auch der Einzige, der halt, in Anführungsstrichen, das hört sich jetzt mies an, gebrauchte Ware annimmt. Weil, sind wir mal ehrlich, die Gerüchte, die bleiben ja nicht da, sondern die werden hinaus in die Welt getragen. Ja. Und Otto Hightower, der so was eigentlich gerne unter dem Schöffel hält, wird es wahrscheinlich eher dann noch verbrechen jetzt. Ja. Aber hier ist ja auch, Stichwort Otto, der kommt dann ja auch so langsam ... Also, wird ja auch zum Gegenstand. Ja, das wird auch Thema, ja. Also, entweder hat sie jetzt gelernt natürlich innerhalb der letzten Jahre oder natürlich auch im Umgang am Hof und sie vielleicht auch in ihren Gesprächen mit Alison, dass sie vielleicht das auch, dass ihr das auch eher so auffällt, dass sie doch deutlich nach ihrem Vater kommt und deswegen jetzt eben Otto auch zum Thema macht und ja, eben, also, und wirklich klar ausspricht, was wir als ZuschauerInnen ja eigentlich schon wissen. Natürlich will ja er, dass Aegon der Erbe wird, weil, ja, dann hängt er halt auch mit drin. Ja, und dann verteidigt ja Viserys Otto noch von wegen, ja, der hat zwei Königen vorher treu gedient und wie kannst du so was sagen? Also, auch im Hinblick auf König Jaehaerys, ne, also, den Vorgänger, aber so langsam wird es ihm wohl doch bewusst oder Rhaenyra spricht es, ich glaub, sie spricht es auch wirklich aus, mehr oder weniger, Alison war halt irgendwo schon Kalkül, ne? Mhm. Von den Hightowers, ja. Ja, natürlich. Und diesen Gedanken oder diesen Anstoß, den Rhaenyra da gibt, den nimmt Viserys dann gleich auch auf und es folgt eine Szene mit ihm und Otto, wo Viserys ihm zunächst noch mal seinen Respekt so ein bisschen zum Ausdruck bringt, aber auch dann ziemlich schnell zur Sache kommt und ihn noch mal mit seiner Einflussnahme und so weiter konfrontiert, die vielleicht auch nicht immer im Sinne des Königs waren. und er schreitet zu ihm und nimmt ihm da eiskalt die Hand ab, also den Anstecker, er schlägt ihm keine Hand ab und entzieht ihm ja sozusagen sein Vertrauen. Ja. Da ist natürlich dann, das ist dann noch mal, das ist wahrscheinlich die größte Veränderung noch mal in dieser Folge, dass wir das sehen, wie Otto so ein bisschen dann eben die Folgen aus seinem, vielleicht ein bisschen aus seiner Verkalkulation zieht. Es ist auch tatsächlich, also das zieht sich für mich durch diese ganze Folge und diese vielen Unterhaltungen, es ist wirklich immer so ein stufenweiser Aufbau und so ein gewisses eigentlich irgendwie, ja so gegenseitiges Abtasten des Gegenübers. Und dann schaukelt sich das hoch und mündet eigentlich immer in so einer gewissen, sag ich jetzt mal, Eskalation. Natürlich nicht immer auf einer gleichen, auf der gleichen Stufe, aber viele dieser Szenen funktionieren so und das gefällt mir sehr in dieser Folge. Also da auch ein kleines Kompliment an die Regie von Claire, Moment, ich guck mal eben nach, Claire Kilner, die ja hier zum ersten Mal bei House of the Dragon Regie geführt hat. Und ich find's auch mal schön, dass es eine Konsequenz hat. Also, ich mein, ich hätt ihn, glaub ich, aus dem Turm geworfen oder irgendwas Krasses mit ihm gemacht. Aber es hat endlich mal ... eine Konsequenz, sein Handeln, sein, in Anführungsstrichen, Plan. Ich glaub zwar nicht, dass das komplett alles aufgeflogen ist, aber es wurde zumindestens mal, und das find ich ganz gut, auch mal drauf reagiert, was so die Tochter und was halt auch das kleinere oder das engere Umfeld einfach sagt. Und sagt, ey, der Typ, aufpassen. Ich bin gespannt vor allem, was diese Entwicklung für einen Effekt auf die Beziehung zwischen Alicent und Viserys haben wird. Auf der anderen Seite, das fand ich auch ganz toll. Otto Hightower sagt hier nämlich einen Spruch, der auch sehr mich zurückdenken ließ an die zweite Staffel Game of Thrones im Hinblick auf Stannis. Da gibt es nämlich diesen sehr, sehr alten Mäster, den Stannis dann ja ... Oder nee, Quatsch, den hier Melisandre vergiftet an der Tafel. Obwohl ... Nee, Quatsch, genau. Er Vesia vergiftet und der kriegt dann sein eigenes Gift zu trinken, während das bei ihr nicht wirkt. Und der sagt in einer Szene vorher zu Ser Davos, Ich diene es, dann ist treu. Aber treu zu dienen, heißt auch, die Wahrheit zu sprechen. Und so was in die Richtung sagt dann auch Otto Hightower. Er sagt, eine treue Hand spricht auch unangenehme Wahrheiten aus, auch wenn der Herr sie nicht hören will. Da merkt man, dass ... Also, dahin zumindest ist Otto Hightower dann schon irgendwo ein besonderer Ratgeber, der aber trotzdem irgendwo weiß, wie er Einfluss auf Viserys ausüben kann. Zu seinem eigenen Vorteil dann. Es wird noch spannend, tatsächlich. Ja, wie es jetzt davon weitergeht, ich bin auch gespannt. Ich hoffe, so ein bisschen ... Wir haben keinen Zeitsprung in dieser Folge. Oh, ja. Aber nicht, dass wir nächste Folge einsteigen, 15 Jahre später. Nee, guck, betrieben. Aber fünf Jahre später, gucke, ja, sie sind jetzt seit fünf Jahren die Hand des Königs. Ja. Sie haben ja gar nichts ... Wie läuft's? Also, das hoffe ich tatsächlich nicht. Ich weiß es aber nicht. Ja, wir werden es sehen. Wir schließen noch mit einer letzten Szene in dieser Folge ab. Und wie gesagt, ich war ein bisschen überrascht, dass das tatsächlich die letzte Szene ist. Wir sehen einen Maester, der da ... Oder den Maester, der einen Tee auf einem Tablett serviert. Oder erst durch die Gänge trägt. Und dann zu Rhaenyra bringt. Und ihn dort abstellt. Und sie fragt auch noch so, was ist das? Und er meint, das ist ein Tee. Und die Folge blendet dann quasi ab. Und Rhaenyra guckt noch so auf den Tee. Und da war ich dann kurz verwirrt oder unsicher, was mir diese Endszene denn jetzt sagen sollte. Ich habe gesagt, was ist jetzt der Deal mit dem Tee? Warum setzt ihr den hier so in Szene, als wäre der Gift oder so etwas? Deswegen da war ich zunächst ... Aber Sven, was hattest du darin gelesen oder was hast du darin gesehen? Für mich gab es mehrere Möglichkeiten, wobei ich mich für eine entschieden habe. Und das ist sozusagen ein Abtreibungstee, um ein Inzestbaby zu verhindern. Ja, und das unterstreicht dann natürlich dein ... Entschuldigung, das unterstreicht dann dein Gen vielleicht auch noch mal, das Gerücht verbreitet sich bereits wie ein Lauffeuer. Richtig. Und es ist ... Also, da gibt's ... Man kann wirklich viel draus lesen. Aber was mich an der ganzen Sache einfach ... Und da würde ich dann auch eher so zu Damons Plan tendieren, dass ich glaube, er wusste, dass es passiert. Deswegen, er hat aufgehört, sie kriegt den Tee, sie denkt, okay, alles klar. Mein eigener Vater will verhindern, dass, falls ich doch schwanger wäre, dass das Kind stirbt, die ... Also, Egon II auf dem Thron landet. Was ich aber noch viel krasser finde, ist ... Ich meine, wir haben gesehen, was bei der ersten Komplikation ... Oder bei der ersten Geburt passiert ist. Und jetzt kommt der Master und serviert dir irgendwas, was das Leben in deinem Körper zerstört. Aber, sind wir ehrlich, du weißt nicht großartig, was mit dir passiert. Ich meine, das erste Mal haben sie schon vergurkt. Und es könnte jetzt auch gut sein, dass sie tatsächlich vielleicht auch trotzdem da dran stirbt. Und das fand ich schon sehr krass. Gerade für jemanden, der ja seine Königin, seine Verstorbene, ja so extrem liebt. Und auch für seine Tochter teilweise schon ... Nur das Beste möchte. Nur das Beste möchte und auch darauf einstiegt und ja auch hier Demen verprügelt und sagt, jetzt ist der Kanal voll. Aber dann präsentiert er sowas. Es könnte natürlich auch sein, dass es die Königin war oder Otto. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten und man kann das in alle möglichen Richtungen ausbauen. Aber für mich ist, glaube ich, wirklich so dieses ... Ja, okay, siehst du, daran hatte ich tatsächlich auch ... Daran weiß ich nicht, warum ich daran nicht gedacht habe. Ich meine, Gift habe ich halt von Anfang an ausgeschlossen, weil ... Ja, warum soll das ja vergiften? Genau, und außerdem, also wir wissen ja auch schon, dass Rhaenyra noch ... Ihr wisst, was man schon in Game of Thrones sagt. Also wenn es Gift ist, Gift ist die Waffe der Frauen, heißt das. Ja, aber wir wissen doch, dass Rhaenyra noch eine weitere Rolle spielen wird. Ja, 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 natürlich. Also ich muss sagen, im Nachhinein fand ich die Szene sehr interessant. Erst war ich so ein bisschen ... Generell, das muss ich auch noch mal sagen, weil ich eigentlich gerade eben die Regie gelobt habe. Und das vielmehr ... Also diese Folge endet irgendwie ein bisschen plötzlich und lässt einen so ein bisschen ratlos da sitzen. Und es zieht sich wirklich so auch für mich quer durch diese Folge, dass du immer mal wieder so Szenen hast, die förmlich ja abgebrochen wirken. Also ich weiß nicht, ob es ein Steenmittel ist und ob es irgendwie ... Also man kann es sowohl positiv als auch negativ sehen. Negativ insofern, dass sowohl vom Skript als auch von der Regie das ein bisschen ungelenkt ist, wie man Szene auflöst. Zum anderen, also ich habe auch im Hinblick auf diese Bordell-Szene das Gefühl, dass es auch ein Steenmittel ist irgendwo. Und das finde ich dann auf der anderen Seite auch wieder reizvoller. Also sehr ambivalent stehe ich dem gegenüber. Wobei ich finde, dass ich nicht glaube, dass es ... Also es ist schon ein Stilmittel. Ich glaube nicht, dass sie da ungeschickt bei der Regie sind und nicht wissen, wie man jetzt eine Szene in Wohlgefallen auflöst. Sondern ich glaube, dass das schon alles bewusst gesetzt ist. Auch der Blick am Schluss, als sie den Becher in der Hand hat. Und finde ich, du liest in ihr genau, ey, verdammt, was ist denn da drin? Ja, ja. Wollen sie mich loswerden? So auch wieder, genau, sie ist auch so ein bisschen wie der Zuschauer wieder. Ja. Und das, das finde ich das super. Super, weil du dir endlich auch mal selbst wirklich deine Gedanken anstrengen musst und sagst, okay, alles klar. Aber giften wir eigentlich totaler Bullshit. Ja. Trinkt es jetzt? Trinkt es nicht? Vielleicht steckt aber schon wieder jemand ganz anders dahinter, weil du ja sagst, auch Waffen der Frau. Aber warum sollte Alicent sie vergiften wollen? So weit mit dem Konflikt sind wir noch nicht so weit. Außen wissen wir ja, wie es ist, ne? Ich, ich, ich war sogar wirklich einen Moment am überlegen, ob der Maester ihr das irgendwie so zugeschoben hat von wegen und ja, gebt das mal in den Tee des Königs. Dachte ich mir auch so. Aber das, warum sollte, also von wegen, weil Viserys als schwacher Herrscher wahrgenommen wird, ne? Vielleicht auch. Und ich, vielleicht hängt es ein bisschen davon ab, wie, wie die Szene aufgegriffen oder wie das aufgegriffen wird. Und ich fürchte fast, dass es nicht aufgegriffen wird in der nächsten Folge. Ich glaub schon. Also ich würd's mir hoffen, weil, also es, es fühlt sich, wie gesagt. Sonst hätte die Szene auch überhaupt, also da hätte sie ja wirklich absolut null Sinn. Ich, wie gesagt, also ich, ich kann über Folge 5 noch nichts sagen. Und ich werd wahrscheinlich auch dieses Ende erst dann nochmal einordnen können, wenn ich Folge 5 gesehen habe. Ja, das ist auch glaub ich. Dann, denke ich, wird sich da nochmal was entwickeln, je nachdem, wie das aufgegriffen wird. Ja, es ist, äh, man muss sagen, es ist nicht einfach nur ein billiger Cliffhanger oder sonst was, sondern es liegt sehr zu nachdenken. Ja, genau. Es ist, ich find's auch nicht so, er ist eben nicht so offensichtlich oder so wie andere, wo nochmal was Richtiges angeteasert wird, wie den Crabfeeder am Ende von Staffel 2 oder so. Aber ja, sie, sie hinterlässt auf jeden Fall den, das Publikum mit etwas. Ja. Und wie gesagt, ich kann's noch nicht einordnen, ich brauch dazu Folge 5. Aber es ist im Nachhinein doch wirklich eine starke Szene, weil, ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, also mit dem Crabfeeder zum Beispiel hat man in erster Linie ein Handlungselement angeteasert. Und hier hab ich den Eindruck, wird halt auch endlich mal so ein bisschen der Zuschauer aktiviert. Und das funktioniert insofern, weil wir eben mit Rhaenyra, also wir haben's ja wirklich schon oft gesagt, dass Rhaenyra oft das denkt oder ausspricht, höchstwahrscheinlich, was auch so beim Publikum vorgeht. Und deshalb funktioniert diese Szene gerade über ihre Figur. Ja, und vielleicht ist es halt auch so dieser, ja, dieser Tick. Ah, mein Bruder hatte doch recht. Äh, mein Bruder, sage schon, mein Onkel. Oder mein Boyfriend. Wer weiß, vielleicht steckt der auch dahinter, ne? Also es ist, eigentlich, ich muss sagen. Wir sehen ja auch nicht, wir sehen ja eben, das ist ja auch was, was ausgesprochen hat, wir sehen nicht, wo der Maester herkommt. Wir sehen ihn einfach nur durch die Gänge da gehen. Und, ja. Und die sind auch nicht so harmlos, wie sie aussehen sonst, ne? Denk mal, Pücel, ne? Pücel. Und, ja, Kyber und war ja auch nicht besser. Aber der war ja auch kein... Oh Gott, Kyber, ja. Der war ja auch kein Maester. Ja, der war nun mal so ein Da Vinci-Frankenstein-Typ für sich. Ja, aber da können wir vielleicht dann in der kommenden Woche dann noch mal kurz drauf eingehen zumindest, wie diese Szene dann gehandhabt wird. Boah, ich hätte echt nicht gedacht, dass wir über die Folge tatsächlich auch wieder auf so eine Laufzeit kommen. Ja. Ich hätte tatsächlich gesagt, das fährt ein bisschen kürzer aus. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch mal groß zusammenfassen muss. Leider schafft es immer noch nicht so richtig, mich zu catchen. Und ich muss jetzt tatsächlich langsam, langsam komme ich an so einen Punkt, wo ich mich frage, ob ich die Serie dann tatsächlich so intensiv verfolgen würde, wenn ich jetzt hier nicht das Recap machen würde. Und das ist immer kein gutes Zeichen. Ich fand sie nicht schlecht, die Folge, aber es ist wieder so eine Folge, wo ich sage, es funktionieren für mich einige Dinge gut. Ich mochte einige Szenen, aber auch einige Szenen, die wir jetzt hier analysiert oder so ein bisschen kommentiert haben, wo ich sagen muss, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Wie geht es dir, Sven? Also, die dritte fand ich so, ja, hat auch so einen leicht bitteren Nachgeschmack gehabt. Mit der vierten und gerade so mit diesen Andeutungen und du weißt vielleicht doch nicht, in was für eine Richtung es geht, haben sie für mich wieder Fahrt aufgenommen. Aber nichtsdestotrotz ist es viel Information und wenn man sich nicht selbst bemüht oder halt ein krasser Freak ist wie ihr zwei, dann musst du wirklich, und du dich halt einfach dafür interessierst und sagst, okay, gut, jetzt will ich da mal ein bisschen mehr ein, musst du halt wirklich nachlesen. Das finde ich ein bisschen schade. Das nimmt für mich auch ein bisschen Spaß an der Serie. Ansonsten sind sie auf einem guten Weg. Aber, ja, manche Sachen, denke ich mir, die Sette da weglassen können, dafür ein bisschen mehr erklären. Ja, das ist für mich so die einzig große Schwäche. Ansonsten finde ich, hat sie wieder Fahrt aufgenommen. Hat mir gefallen. Und du dann? Ja, für mich, also, ich würde sie ein bisschen über der dritten ansiedeln, die ich ja insgesamt auch wirklich nicht schlecht fand. Also, ich muss sagen, als ich sie, also, ich hab sie tatsächlich nur einmal gesehen. Vielleicht wächst sie auch noch mal ein bisschen im Nachgang. Aber so jetzt fand ich sie schon relativ solide. Was man halt irgendwie ein bisschen akzeptieren muss, ist so ein gewisser, ich sag's mal wirklich, Soap-Charakter. Das war die erste Folge, die wirklich so Soap-Charakter hat, von wegen, oh, du hast aber mit dem und dem. Und, oh, das ist meine Tochter. Und was fällt dir ein, meine Tochter zu bumsen und so weiter. Aber ungeachtet dessen fand ich vor allem, also, das ist eine sehr charakterstarke Szene, beziehungsweise diese Gespräche tragen sehr viel nach außen. Und gerade in den Szenen, also, vor allem diese Szene im Bordell zwischen Demon und Rhaenyra hat für mich im Nachhinein noch mal tatsächlich dazugewonnen. Äh, und diese Schlussszene auch. Also, es hat, gibt so, gibt so einfach gewisse Aspekte an dieser, dieser Folge, die ich ambivalent betrachte, im Hinblick auch auf die Regie. Aber das wiederum auch reizvoll finde. Also, ich hab so fast den Eindruck, neben der Folge von Migesa Pocznik, hat die hier noch eher so eine gewisse Handschrift oder, oder einfach ein bisschen, ja, inszenatorisches Feingefühl. Fand ich sehr toll. Besonders die Szene, wie gesagt, nachts in Königsmund, die hatte für mich auch schon, die hatte für mich eine eigene Handschrift. Oder die hatte für mich sowas Besonderes, was mir jetzt am ehesten noch in Erinnerung bleibt oder was noch wirklich sich eben wahrscheinlich auch eben durch die Abwechslung mal abhebt davon. Da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Die nächste Folge ist ja auch noch mal, also, ich bin gespannt, wie sich das schließen wird, weil ich glaube, die nächste Folge ist ja auch noch mal von Claire Kilner. Und, ja, wer weiß, vielleicht steigert die sich ja zu ein bisschen, wisst du wahrscheinlich auch, ich kenne den Namen, zur neuen Michelle McLaren, ne? Also, die ja, die ist ja ursprünglich von Breaking Bad oder dann auch Better Call Saul, aber hat zwischendurch auch grandiose Folgen für Game of Thrones inszeniert, vor allem für die dritte und vierte Staffel. Gut, ja, wenn ihr uns eure Meinung hinterlassen wollt, dann könnt ihr das gern tun, wie immer bei YouTube in die Kommentare oder zum Beispiel auf unseren Social-Media-Kanälen oder mit einer E-Mail an info-at-tele-stammtisch.de. Wir lesen uns das durch, wir antworten auch mal drauf, also in den YouTube-Kommentaren, da waren wir die letzte Zeit auch immer mal wieder unterwegs. Und, genau, hinterlasst uns auch gerne eine positive Bewertung, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Da kann man zum Beispiel bei Spotify, kann man den Podcast da mit fünf Sternen oder so bewerten oder eben bei YouTube eine positive Bewertung. Ich bedanke mich auch bei Dom und Sven für die Besprechung dieser Folge. Gerne. Und mal sehen, wie wir dann zur nächsten Folge zu Gast haben. Vielleicht ist es nochmal Sven, vielleicht ist es jemand anderes. Das besprechen wir einfach nochmal hinter den Kulissen. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Rala Morghules. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.